dann wieder willkommen zurück zu for the king auf zur seehöhle den hatten wir doch schon mal heute gegenstände können gestohlen geißel von fahrul kann man den anklicken habe ich auch gemacht da oben ist der ok stufe 8 ist ja gut aber wir müssen sowieso in die richtung dann mal los was das sind das für eine heiße quelle oder jemand hin wir sind ja voll eine starke brise genau movimento heute noch aber schnell vor lassen kommt ja dann nehmen wir jetzt die seehöhle mit und dann ab zu hoffen wir mal der klaut uns nix oder hoffen wir mal wir finden nix gutes ohne macht wieder den supporter ja zurück setzen kann ich ja nicht mehr ach so ja stimmt wissen dass wir wollen wir den bären erst angreifen oder doch lieber jemand megamistisch schaden machen ok wird sich nicht wundern wenn der 33 das geht auf eine gruppe welcher schaden ist das jetzt schaden stand ist es gar nicht oder oder das ist betäuben das betäuben auch cool wie der eine war leider immun aber das ist der bär jetzt nicht dran das ist natürlich dann ganz cool ja aber das ist schwierig zu treffen das ist eine fünferprobe und ich glaube die standard chance auch perfekt ja das krieg hoffentlich auch ich gebacken aber das ist sowieso perfekt also wenn ich also krass also ohne dass ich den fokus benutzt ist die chance hier bei mit dem gruppen betäuben war auf 21 prozent mit einem fokus immer noch nur auf 47 gerade mit zwei was auf 68 ist der fokus ruckzuck weg alles klar gut der bär der bär muss weg das typische problem der thema ja der problem wäre das war jetzt nicht so viel schauen oder war eine stufe hexer oder magier hexer ich würde ja genau ich war schon geschockt dann ich war es nicht wert mach ich denn so viel schaden ich habe den geschockt zustand vergessen also verpeilt und hätte ich den fokus natürlich benutzt dafür ja gut kratzen kennst ja kratzen jawohl kenne ich schaden ist lächerlich ja aber dass der trotzdem den shop durchkommen und dazu auch noch brennen und trotzdem ja den krieg ich nicht tot keine chance ich habe jetzt kein fokus ja das hat immer ein bisschen schaden ach man jetzt fängt ja auch noch an uns zu ärgern ich habe schon keinen bock mehr drauf ne das war mir das so 87 gold eine leuchtekugel plus 10 gruppenwiderstand nur für den kampf wir sammeln echt kugeln wer möchte denn gerne nimm doch einfach prinzip egal hat schon einer sonne ich glaube nicht also ich habe gerade geguckt ich habe nichts gesehen ich habe doch diese andere google da das herzliche große cloud der scheiß besser das als irgendwas krasses wobei das ja jetzt nicht schlecht war aber wir gucken mal ob das vielleicht ein laden ist ja hat noch einer sonne 8 das können wir uns sparen ich habe es auf jeden fall noch nicht geschaut und dies auch nur einmal dran auch ausgeschlossen ich weiß nicht was es bringt ja mon ja ich krieg sie leider nicht kaputt kannst du unsere rüstung erhöhen ich könnte wenn ich wollte die kiste kriegt nichts hin zum glück genau wie ich jetzt ist ja zweimal hintereinander das ist ja proper ach hast du eigentlich jetzt den schädel genommen nation oder ne du bist beim glück ich habe keinen ich wollte den aber garmon hat mir den nicht mitgebracht wie ich habe den nicht mitgebracht na oder hast du ihn mitgebracht ne ich habe dir gesagt hol den natürlich habe ich gesagt ich habe gesagt krieg mit dem mit ja ich habe gesagt in der stadt waren wir doch alle also irgendwie also braucht ihr jemand ich nicht was ist denn ablenkung die fähigkeit die der die der bade hat also nicht der mindesänger sondern der bade der böse typ da also quasi das gegenteil von unterstützung genau ja wollte heilen wollte nicht heilen ich würde sagen nö ich würde auch sagen bevor wir gleich den vergus machen stellen wir uns da jeden zelt in würde ich sagen denn vor seiner geißel ja das stimmt was voll heilen auch ein nö jetzt fängt das schon wieder an ja hallo barfeldmeister oder was ist hier los ja also der licht soll man den direkt angreifen oder wollen wir doch lieber das geld schützen also der schritt wird wahrscheinlich wegrennen nächste runde ja das denke ich an mich auch versuch einen platz zu machen aber ich glaube nicht dass ich ihn treffen halte ja ich treffe den das ist eine gute einstellung ich kann nicht verfehlen ich habe 100% wenn ich einen fokus benutze achso dann nehme ich den nicht dann greife ich den nicht an ja mach ruhig macht er weg oder auch nicht er zeigt mir erstmal wie es geht alles klar oh oh das könnte ja und ich habe vorhin noch gedacht weil wir den schreien da noch haben stehen lassen den brauchen wir aus und so also noch nicht ja gut dann ähm um sicher zu gehen ne da ist er das ist natürlich unser gold modifikator weg mhm mhm die das wird gute ausreich runde mhm wieso mache ich den 35 bei denen habe ich auch gehen und toten speziell ich muss ich den ja sogar nehmen ja ich krieg den wieder nicht tot ich könnte dem maximal 32 schaden machen der hat aber mit seinem widerstand quasi 34 leben ich habe 25 prozent schaden gegen gepanzert ist der gepanzert meint einfach die rüstung ja also ansonsten kenne ich kann irgendwie panzer status oder so ja aber weil also weil die vor allem weil ihr das gerade jetzt aufgefangen ja genau du kannst ja schon lange mit dem teil und das ist ja noch nie so aufgefahren werden ja schon viele gepanzerte gegner dann ja genau das ist tatsächlich nicht aufgefahren ja vielleicht ist es auch irgendwas anderes keine ahnung das ist natürlich jetzt extrem schade dass wir richtig kohle gegeben wenn wir den schrein noch hätten ja ich habe ja nur zehn prozent glaube ich also ich habe minus zehn ich stecke nix ein oder fünf prozent sind es glaube ich schade eigentlich ich gebe die mal weiter ich weiß nicht ob die jemand haben will die trage ich ja schon ja die haben wir mal gekauft ja macht für mich leider nicht so viel sind ich weiß ja das denke ich mir aber ich wollte euch wenigstens die möglichkeit geben dass man ja auch kurz ja komm jetzt ernsthaft dieses wie geht mir wirklich gesagt man ja teleportation rolle hatten glaube ich alle von uns ich habe sogar zwei ja ansonsten gibt die nation der hat am wenigsten geschwindigkeit ja auch du mal dieses wie ich nervt derzeit dass wir den platt machen ja gut heilen wollen ich ausgibt 24 münchen 48 hast du das wohl unterschätzt ach man guck mal eine neue gitarre für lucky für fergus denn irren ja ich glaube auch ich habe einen stoff vielleicht liegt daran vielleicht kann man das nur einmal haben meine katze die ganze zeit lang geschleicht und ich versuche hier schon die aufnahmetaste zu bewachen wie es würde mein leben davon abhängen ja dann kann ich mir nicht an land gehen ach da ist ein stein das ist ein stein das ist das stimmt das heiligtum ja das war das ist menschen können da hinten den ep-multiplikator richtig ach das ist meins aber wir können aber ich weiß die karte für nation gleicher und erstmals lucky lernen bleiben es ist darauf geploppt egal eitriger blog ja ich könnte natürlich auch außen rum fahren wir gehen oben und obwohl da kommen nicht kommen außer kabel dann gehen wir direkt auf die drauf oder kann man da nicht an landen auf dem er ist blöd ist nämlich noch richtig hochfahren da ist die wolke gerade wo diese knochen zauberer sind da könnten wir landen ich meine darunter da wo kann man da nicht am kai könnten wir landen ja dann fahren wir dahin ne ja dann kannst du erst beim heiligtum vorbeikommen und dann nation mitnehmen so wie du sagst ja oh cool können wir auch noch direkt mitnehmen jaaa was für eine probe ist das? auch intelligenz das ist ja nichts für mich ja 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 ist ja gut ich bin ein stück weiter dann komm nation gleich mal sein ding holen sein schrein bevor da wieder irgendwelche kommentare kommen was denn das ding sein könnte ich hatte es auf der zunge ja ja ich weiß ich war mir schon flach kannst im prinzip mit dem schiff schon mal rumfahren richtung kai ich hab schon gedrückt gehabt ok dann nicht ignoriere einfach was ich sage ignoriere es wochen auffordern mit dingen die sich bewährt haben also wir hatten vorhin nochmal plus also minus 2 chaos ich würde tatsächlich das leben wieder nehmen chaos brauchen wir nicht machen also chaos verringern sehe ich genauso ich bin auch für das leben die geiße die machen wir kaputt wenn die auch blocken leben ist besser starke brise sehr schön ein neuer tag hat begonnen ich könnte die gruppe abholen könnte ich jetzt zurückholen kannst du machen trockene leiche ich weiß jetzt nicht ich bleib mal eine runde stehen weil ich leider nicht bin nehmen kann ich mache dann mal eine gruppe abholen dann bekämpfen wir die geißel war was ich sagen ja ich bin doch alle voll ja ich habe auch keinen vorkommen du hast doch bestimmt hier ich habe immer noch nicht reflektieren aber du hast doch nur eine dreierprobe ne also ja und ich versau das doch ständig ja ich würde ja sagen ich erhöhe die rüstung aber das bringt halt nix wenn du ständig durch bohren macht dann kann ich mir das sparen klappt bei den reflektieren weiß ich nicht also ich hab nur 69 prozent deswegen habe ich nicht versuche ich habe ich habe einen verzauberten spiegel deswegen jetzt die frage das lohnt sich dafür nicht glaube ich das glaube ich auch nicht ich habe das mal verkürzt dann wäre er ja verband gewesen oder erst nachdem er dran war ja keine ahnung und gold multiplikator und glück ich verliere aber auch drei talent einen fokus also ganz ehrlich ich möchte ihn nicht anziehen wenn du fokus verlierst dann lohnt es nicht was ich möchte einer von euch aber wahrscheinlich nicht sammeln will ich krone ist über krass aber das lohnt sich auch nicht immer wir haben auch viel geld den 5er bonus den 5 prozent bonus den du hast es halt cool dass wir den noch haben aber ansonsten geht uns ja geldmäßig gut deswegen würde ich ehrlich gesagt auch sagen dass wir die gegenstände jetzt wieder kriegen die er geklaut hat leider nicht schon mal gedacht ja dann würde ich jetzt tatsächlich vorschlagen wir gehen auf hast du hoch ja ja oder also müssen wir wie wann müssen wir bei wenn du auch noch mal vorbei sonst ja bestimmt wir müssen hier bestimmt noch irgendwas machen ja das weiß ich eben nicht oder ja gut wir können höchstens runter gehen und schon mal die quest zu holen das können wir ja und die gottesbärte aufkaufen aber und links ist zini da ist auch noch ein ort da könnten da unten ja genau zehn liter können wir bei hast du sind das ja quasi direkt niemand ja aber wenn du aber ich glaube wir müssen doch sowieso ich denke auch wir müssen das gebiet noch ein ja dann gehen wir hoch nach hast da und machen das dann schreibt euch sicher habt ihr euch entschieden ja wir haben es ausdiskutiert du kannst die gegner die trockene leichen noch er läuft immer los er hört nie zu du bist immer zu langsam alter mann wenn du fragst uns haben wir uns entschieden ja ja genau und nach ja habe ich gedrückt da kommt ja gesagt oder du hast ja gesagt also war das ding für mich gegessen nein ich habe gesagt ja aber ja und ja und bei ja habe ich gedrückt gehabt so kann ich nicht arbeiten kann es ja gehen und da lassen uns all dein gold in deine sachen und dann tschüss das ist ja nicht so als hätte er es nicht versucht zu gehen dann hat er uns ja vor der falle stehen ich habe nur 37 prozent oder du hast wahrscheinlich 37 prozent was ist eine abfrage warum habe ich jetzt keinen fokus ja ich kann dir dings geben wenn du brauchst dir gold wurzel hätte ich versuchen können oder ein paar mal sind da oben bei der stadt da kannst du ja 100 gold bringen können hallo es tut weh ich stehe nicht so auf schmerzen wie du bist du denn gold lebra ich weiß nicht wie man es ausspricht ich habe das schon mal gehört aber leprechaun das kommt der geistbeugel stimmt mit dazu ja ich weiß nicht ob ich überhaupt dabei wären ach so wegen unterstützung ja das kann sein ja den geister ding ach so da fehlt mir ein schritt deswegen aber wir müssen sowieso da man kann sich ja da vorstellen und dann können aber ich mache jetzt erstmal hier die die den bogenschießer typ noch mal herren du machst du schießt ja noch mal zumindest ein paar mal kann ich versuchen wenn ich darf nicht darf noch einmal mal den zur strafe also ich muss ja mal ehrlich sagen dass er sonst rumstellt jedenfalls nicht so ganz schön bin ich hier mit auf der oberwelt gar nicht sonst ja wie suche ich tatsächlich nicht ich lasse das mono der trifft besser hatte wir uns jetzt schon was geklaut du bist ausgewichen oder er ausgewichen ich hoffe ja immer dass das bei mir probieren aber leider machen sie es nicht nicht sehr sehr traurig weil ich immer gegen die die schweizendsteil bin ich kann ja auch verbrennen ja gut na gut hat merkt man so um darüber gesprochen ich würde mich vielleicht mal also vielleicht unter umständen meine güte mein wissensladen sie eher einen schritt zurück geht ich habe drei proben wie oft ich die verhau das ist unglaublich ja ich weiß wert von 93 ja du kämpfst du kämpfst du nicht mit einem hauptattribut das stimmt ja nicht bei mir ist es wahrnehmen und talent weil es in der wahrnehmung ist höher aber so viel mehr was auch nicht weil sie nicht viel auf jeden fall ist wahrnehmung höher ja aber ich dafür habe ich keine vernünftige jetzt ist also das schild war wichtig ich habe am wenigsten habe ich gar nicht doch ich habe die krone die bringt zehn prozent dp 25 ja aber er wird eben aber so gesehen ja hättest du es in einer perfekten welt hättest du sandjong und abgegeben weil du ihn mit der erfahrung sowieso irgendwann ein und überholst aber in der perfekten welt die wird es niemals geben dass ich irgendwas kommen und gebe ja wie noch zum raster ach jetzt ist man auch wieder würfel ich die eine schriftrolle gut war wissen wir das geh hin und das können wir ja du ja nicht so müssen wir da unten auf jeden fall noch in richtung wenn diese andere die wir könnten chaos reduzieren wiedererlangen obsidianroute ok aber sie ist noch gar nicht mal so doll im prinzip und ist wieder eine glaskamone und das machen wir nicht 240 gold in der reihund erzählen wollte ich bin für wieder allein nächsten kann ich kopfgeld chaos reduzieren ja also ja ich meine wir haben zwar aktuell kein kein chaos oben in der leiste und durch minus zwei mit sicherheit auch einige von zeiten sind aber auch nicht ja aber 300 gold brauchen wir auch nicht mehr von daher können wir zwar ich habe auch noch nicht in den markt geguckt gibt es eigentlich was gutes habe ich noch nicht geguckt ich wollte ja so die quest ja wenn es gibt wir können was kaufen würde ich nicht dann kann ich den ja schon mal mit also dass die soldaten rüstung um dies hat auch nur gewöhnlich sie als neuen rüstung und sieben widerstand aber hat nichts weiter ansonsten ein coolen piratenmantel und piratenkopftuch wollen wir gleich noch ein zünder wollte ich meine ihr könntet eigentlich nur gucken einer von euch könnte und zwar ein zünder wortel mitnehmen auf jeden fall goldens millionen hapune hapune wäre mein hauptträgen vulkanischer welt ist auch nicht so schlecht für mich würde ich wieder zurücksetzen sogar die komplette gruppe aber es ist halt leider schwächer als das was ich habe es gibt irgendwie nie was für mich das finde ich total traurig ich fühle mich leicht gemacht du hast doch noch eine krasse waffe seit langer zeit richtig die ist schon uralt ja aber wenn man halt so früh im spiel so ein feuerschwert findet dann gibt es halt auch ewigkeiten nichts mehr du hast aber das ist auch wirklich eine waffe ich glaube gar so viel bessere sachen gibt hallo ich möchte ich nicht hören ich will krassen ja es gibt ja also eine kasse also für mich ist jetzt leider nicht so viel dabei ich überlege gerade soll ich mich überhaupt entlegen ich meine ich habe nur 13 die für uns für dich gibt es noch die donnerwüchse ich nehme keine feuerwaffen das hat den einfachen wohnen du schießt einmal und dann muss eine runde aussetzen oder nachladen muss das ist irgendwie ziemlich kacke also ich würde mich an deiner stelle auf jeden fall hinlegen weil du sowieso nichts mehr machen kannst wir haben nur noch geld du kriegst zwei fokus ja gut fokus können das stimmt es gibt auch irgendwie keine klamotten die so richtig für mich geil sind die krise 43 dann würde ich aber auch die folge eigentlich beenden an der stelle ja auf jeden fall und dann bis zum nächsten mal